Was wünschen sich Menschen heute? Erfolg, Schönheit, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe. Gesundheit, Spiritualität, Individualität, Sicherheit, Bestätigung, Glaubwürdigkeit, Gemeinschaft, Familie, Glaube. Radio Horeb Seit über 20 Jahren sind wir mit Radio Horeb bei den Menschen zu Hause. Dabei begeistern wir hunderttausende Hörerinnen und Hörer und wecken Freude am Glauben. Bei unserem interaktiven Radioprogramm steht der Mensch immer im Mittelpunkt. In seiner Vielfalt erreicht unser Programm auch jene, die Glauben und Kirche fernstehen. Live wird gemeinsam mit unseren Hörern gebetet, über Gott und die Welt diskutiert oder wir erfüllen ganz einfach einen Musikwunsch. Auch unterwegs wollen wir nahe bei den Menschen sein. Wie wäre es mit Ihrer Pfarrei bundesweit im Radio zu sein? Wir kommen zu Ihnen und Sie stellen Ihre Pfarrei unseren Hörern vor. In einem Interview berichtet Ihr Pfarrer über das Leben in der Pfarrei. Als Höhepunkt übertragen wir den von Ihnen gestalteten Gottesdienst mit einem Übertragungswagen bundesweit über DAW Plus Digital Radio in unserer App und auf unserer Webseite. Werden Sie unsere Pfarrei der Woche und feiern Sie Ihren Gottesdienst gemeinsam mit hunderttausenden Hörern aus ganz Deutschland. Wir freuen uns auf Sie!